Boah, die KI zieht ja schneller. Ja, das muss man schon überlegen. Die zieht sowieso schneller. Dass man das auf Minimum dreht. Was man im Bot-Profil machen kann. Der Film macht nichts Schlaues. Geht ja noch, ne. Ich mag die Musik. Ja, die ist schön. Wie entzieht er unter den alten Merchants? Hab ich auch mal wieder Lust auf einen alten alten Merchants? Nein, kannst du eh nichts. Brauchst diesmal können wir nicht bestimmen. Nein, du brauchst wieder eine Straße, wo deine Leute verhungern unterwegs. Ich kann natürlich schon bestanden lassen, dass meine Leute auf Haugen fahren. Das ist eigentlich was ich wirklich kann, ne. Selbst die KI spielt besser als du. Und die ist nicht verhungert, ne. Ja, ne. Das hast du auch nicht geschafft. Ich hab eine Bevölkerung von über 100 am Leben erhalten, oder? Ich wollte jetzt irgendwas Sinnvolles machen. Das war falsch. Dat, dat. Dat, dat, dat. Da, 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 da. DIn32 wir brauchen einen Gattgennigen Höhe liegt wohl am Fluss es täuscht da ist ein Fluss da muss der Autobahn Ich brauche nicht dieses Teil mit diesem Halbding und der Kurve. Ah, das Ding, ach ja. Ich finde ja auch schon, jetzt braucht er seine komische Bordraune fertig zu machen. Ernsthaft, warum ich keine Leute mehr kenne? Weil du alle ausgeben hast. Ich denke, das wird die Strafe so komisch hin. Die Kunde zählt nicht. Die Kunde zählt nicht mehr. Ich denke, das wird die Kunde zählt nicht mehr. Komm. Hm. 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 Ich glaube, es ist ein Kutsch wenig schwerer, das richtige Katschen zu bekommen. Ach nein, es war Kutschi selber. Das sind jetzt ernsthaft viermal fast genau dieselbe Farbe hintereinander. Kannst du damit irgendwas Bestimmtes aussagen? Na, nicht wirklich. Oh, warum ich mehr nach links? Daumen muss ein Hakenkreuz. Ich bin ja auch nicht im Kick, Mann. Genau. Obwohl, wir haben ja einen Dingsbumsch-Waldorf-Schüler da. Da lernt doch lau so rechtsradikale Sachen. Erklär uns mal auf über rechtsradikale Sachen. Ach, ich wollte doch gar keinen setzen mehr, Mensch. Das passt schon irgendwie. Und der wohnt, hat der wohnt, hat der, der passt dahin. Nee. Gut, wenn ich da halt noch eine Straße, äh, eine Stadt hinbekomme, dann... ...bringt das ja noch was. Ich bin halt im Kloster, ich hab gar keine Männer mehr. Musst du ja neue machen. Nee. Das ist genau das selbe wie bei Nice and Merchant. Das ist eben kein Spiel. Doch, die letzte Runde hab ich Haushoff gewonnen. Nein. Doch. Weil er gecheatert. Genau. Oh ja. Ich hab ne Straße. Ich hab die Chance, wenn ich das noch gewinnen, dann ist ein Femm übrig. Äh, äh. So oben regiert der Rote. Und unten bin ich mehr. Ich bin in der Mitte. Du bist verstreut. Ich bin in der Mitte, genau in der Mitte. Nein, du intensierst nach links. Ja, ich bin, naja, mittig. Unten und rechts ein bisschen. Wir wissen gar nicht, wer mir zugebaut hat. Na gut, platzier doch mal Balloi, dann kriegst du auch Punkte. Echt lustig. Ja, ne? Nein. Doch. So unten ist es wie der Kreis der Umfeld. Ich kann nicht weiter rauskrollen. Ja, aber musst du mit deiner, mit der weitesten bewegen. Noch weiter rauskrollen? Kann ich auch mit ne Maus bewegen? Oh stimmt, ich hab jetzt mit rechten Maus gebt der auch. Entschuldigung, scrollen ist doch gar nicht notwendig. Bei dir vielleicht nicht, nein. Bei mir so gut wie es geht eigentlich. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ja, ich hab' ein Kreuz. Und was bringt dir das jetzt? Gar nicht, weil manche nicht mehr kennen, welche Farbe wer hat. So unfällig. Ja, wenn man so weit rauskrollt, dann erkennt man die Farbgeschmäher. Und scroll halt nicht raus. Ist doch gar nicht notwendig. Ich weiß, aber ich mach's trotzdem. Ich bin gar nicht anders. Kannst du dir Auto-Zoom anmachen? Ne. Mach ich mal an, mach's mal an. Pfff. Die Karte braucht eine Kutsche. Okay, die nicht. Jetzt hoffe ich, ich krieg die Karte, die eine Kutsche noch braucht. Dann komm, komm. Lässt die natürlich irgendwo anders drin, ne? Ach scheiße, da geht ja gar nicht. Zack. Lässt die Karte für irgendwas? Ich glaube nicht. Ich darf einfach angucken, wo sie mir was kaputt macht. Machst du denn da gut in den Herz, oder was? Wo? Ja. Da links. Da links. Voll hässliches Ding. Da links. Ding? Au, ernsthaft. Bin mir nicht aufgefallen. Da fehlt aber irgend noch ein Stück. Oh. Ja. Du kannst auch deine Burskarte nicht machen. Wow. Ja. Danke für das Kloster. Hat ja gar nicht lange gedauert. Ja. 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 Ich weiß. Ich weiß. Aber nicht wieder ne Figur. Ich auch. Ich sogar ne große. Woher weiß ich gar nicht. Aber egal. Ja. Er Gucci kennt das Spiel nicht. Er blickt das noch nicht so ganz. Ich achte mir. Darauf wohl ich die Figuren freitreiß. Und so ne. Was ist, ne? Du brauchst ne fertige Stadt zum Beispiel. Ne fertige Stadtkarte brauche ich jetzt, ja? Ich brauche ne fertige Stadtkarte. Fertige Stadtkarte. Oh, jetzt hat er aber ja auch rausgescrollt. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Oh, wer ist denn da? Okay, unten eine WKBs hingebaut. Wie du gewünscht hast. Da hat schon mein Herz fertig. Das kriegst du nie fertig. Doch. Nein. Ich hab noch einen. Ich hab auch nen Bock. Halt's Maul. Hör auf und schieben. Also hier erkenn die Farben sogar, wenn ich voll rauscroll. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was hast du für Auflösung? 614 oder 480? Nein, ich muss den Fenstermodus auf 1600 mal neuer aufnehmen, sonst funktioniert es nicht. Was? Na aber kein Scheiß. Hast du für ein scheiß Aufladenprogramm? Ja, ich kann das nicht im Folgendor aufnehmen. Ich hoffe hier mal ein richtiges Aufnahmeprogramm. So, was hab ich denn hier? Was hab ich denn damit? Oben mal meine Burg dran setzen. Unten an der Burg? Du hast doch unten gar keine Burg. Oben. Okay. Du bist okay. Du hast doch gesagt, oben an deiner Burg. Ja, aber ne Burg, nicht an meiner Straße. Ja, ist doch direkt an deiner Burg. Die kreuzen sich, du. Die berühren sich noch an den Spitzen. Nein, ich bin sie nicht. Doch. Nein. Was ist das denn für ne Karte? Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Das ist genau die, die ich brauche. Soll ich sie da oben hin bauen? Okay. Ja. Mein Herz ist fertig. Ich hab mein Herz nur fertig gekriegt. Ja, ich hab gewonnen. Wollen wir noch eins spielen? Wir wollen noch eins spielen. Nein, ich möchte noch eine Runde Night in Merchant spielen. Na, und spinnst du? Eine Runde, komm. Nein. Das dauert wieder ewig. Das dauert wirklich zu lange. Das dauert wirklich zu lange. Und macht Luftkarten draus. Warum? Das ist doch lustig. Nein. Das ist doch lustig. 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 Dann hätten wir nur Kampfeinheiten, was? Nein. Das ist langweilig. Ja, das ist nicht so lustig. Ich musste grad nachdenken, aber ich habe genug Speicherplatz gehabt, um aufzunehmen. Warum? Wie hat man doch so eine 2 Festplatten mit 1x2 und 1x3 Terabyte? Nee, ich habe nur irgendwie 150, 300 Gigabyte insgesamt. Deine Gigabyte hatte meine erste Festplatte, die heute noch läuft. Fast 6 Jahre nachdem ich sie gekauft habe. Was? Ja, das wird halt... Oh mein Gott. Hm. 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 Ich gehe mir erstmal statt, damit ich später ein Kloster niederbrennen kann. Scheiß Sektenmitglied. Ohne Flusskarten läuft das bestimmt viel besser von euch. Das funktioniert nicht. Ich meine du, der seid bläst, bitte. Das funktioniert nicht. Nein, euch will ich nicht helfen. Du siehst mir an der Saar. Halt die Fresse. Ich sorg dafür, dass dein Kloster nie fertig wird. Ich finde, helfst mir, wenn dein Kloster fertig wird. Dann helf ich noch mit deinem. Nein. Nö. Kriegen wir jetzt auch so fertig. Ja, wenn ich dir helfe, ist es besser. Nein. Doch, weil er hat ja Hilfe bekommen. Auch nicht widersprechen. Eigentlich wollte er ja mal wieder ein Abonnenten-Battle langsamer machen. Ja, versäcken. Nein. Ach, Mann. Piss dich, du Spasti. Warum battlen kann man das doch? Nein. Jetzt mal die ganzen Felder, die ich hier gelegt habe. Nein. Doch. Nein. Sie können jetzt Battle forsaken. Halt die Fresse. Nein. Doch, mach das. Halt die Fresse. Nee. Warum hast du überhaupt gescheatet? Was soll das? Hä, wo gescheatet? Siehst dran schon. Ich bin doch nicht. Ey, du cheatest eh die ganze Zeit. Also halt die Fresse. Ich cheate bei allen. Ich cheate bei Mainz-Liefer. Du cheatest sogar bei Paint, Mann. Ich cheate bei Paint. Ja. Wenn das möglich ist, dann mach ich's. Sag ich's doch, du cheatest bei Paint. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Hm. Findest du recht an meiner Burg? Nein. Warum nicht? Weil du scheiße bist. Du kannst dich auf andere schieben, ne? Das wird schwierig, Pinio. Das wird echt herausfordernd. Was, mit meiner Stadt da? Ja. Ja, aber es geht ja anscheinend wohl noch. Noch, ja. Na gut, doch sind recht viele Karten im Spiel, ne? 65. Na, es kann doch möglich werden mit deiner Stadt. Nicht, wenn ich's verhindern kann. Ja stimmt. Bauer ist mal in meiner Stadt weiter. Ich sollte aufhören, so viele Bauern auf dem Weg zu legen. Auf die Wiese. Ja. Finde ich helf dir mal ein bisschen, ne? Ja, helf mir mal. In der zukünftigen Stadt. Ja. Hättest du mir mit deinem Kloster geholfen? Ja. Ja. Gute Cheers, Bruder, dazu. Die Punkte. Ist okay. Okay. Ich habe jetzt noch einen Anspruchs vorgelegt, oder? Ist nicht gut. Dann halt, dann brauche ich ja nicht mehr zu helfen. Okay, sonst wird das stimmen. Jetzt blieb ich sogar auf die Karte. Mit der wieder ins Kloster, ne? Klar. Danke, du hast meinen Bauern mehr Punkte gebracht. Der eine Punkt. Was machst du da, Delfino? Hör auf. Nee, ich habe jetzt schon drei Punkte da durch. Hier eine geschlossene Stadt und eine offene Stadt. Hm, was habe ich denn da schön jetzt? Ah, nein! Nicht dahin! Verdammt, verklickt. Letzten Zugrücking machen. Äh, was? Kloster, wohin? Nein. Cool, ich kann doch die letzten Züge anzeigen lassen. Find ich gut, oder was? Hm. Hm. Die KI denkt. Oh, nicht mehr. Es war keine Ladebalku. Hör auf die Ladebalken wegzuziehen. Das war mein letzter Typ. So, wie nur, dass es nicht mehr zusammenbekommt. Ich baue da oben eine große Stadt. Ich baue da oben eine große Stadt. Ich baue da oben ein bisschen kleiner. Wir hätten mit Fluss spielen sollen. Nein. Das ist scheiße. Ich glaube, du nix kannst. Das ist auch nicht viel anders. Doch. Das wird es vielleicht umschätzen zu verlieren. Wieso? Funktioniert der Cheat bei Flusskarten nicht? Nee, nicht gar nicht. Noob Cheater. Da hilft mir mein Taktik-Guide nicht mehr, denn er sagt Flusskarten hinlegen. Sei ruhig, zieht er nur. Mein Heck, wer mir eins mit Flusskarten hinlegen kann und wo nicht? Sag er, der Cheater. Ich habe keine Anzeige. Natürlich, ne. Nur noch mal eine spuckende Blume. Hab ich gedacht, da ist irgendwo noch eine andere, keine Strahle? Was für dicken Strahl die rausspuckt. Das ist die Blume von Super Mario. Nicht ganz, nein. Doch, ist es. Ah, die Fresse. Nein. Ich bekomme meine Burg nicht fertig. So ein Scheiß. Oh, das ist schade. Gut, er hat die letzte Karte geklaut. Schlage ihn. Oh, das stimmt. Ein bisschen jetzt würde er nicht einsetzen müssen, aber... Ach, nee. Sieht man aber wieder, was ein Alexander-Cheater-Arschloch das ist. Außer hast du mir auch nie geholfen. Ich fang mal noch eine Stadt an. Weil es so schön ist. Ja, vielleicht weiter links. Da mal zu. Ja, ja. Da mal zu. Ja, ja, da mal zu. So gießen hier. Brauchen wir keine, nur Grasfelder. Gibt's doch. Kloster. Das ist ja mal was anderes als Gras. Ach. So, find dafür mal noch ein Feld. Ich kann das genau an zwei Stellen, oder? Drei Stellen dran dazu. Da 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 da.